Hallo zusammen, heute an Tag 5 der Hausmesse bei Böhm sitze ich wieder mit Jelle zusammen und wir erforschen die Orgel. Heute haben wir uns die Arpeggien vorgenommen, also den Arpeggiator. Das ist vergleichbar mit einer Spur im Styleautomat. Aber ich kann vier Arpeggien übereinander legen, ich zeige das gleich einmal an der Orgel. Da haben wir uns einen klassischen Sound ausgesucht. Das Arpeggio startet natürlich synchron. Ein Arpeggio. Und damit, Jelle, spielen wir Figaos Hochzeit. Ich bin gespannt. 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 Und gleiches Arpeggio, anderes Tempo versuchen Problema. Problema. Also, gerne einmal nachspielen.